Ich bin die Nina, ich bin 22 und ja, ich habe einfach Spaß am Leben. Ich mache eine Weiterbildung als Maskenbildnerin. Ich habe jetzt eine Ausbildung zur Friseurin gemacht und bin jetzt im ersten Semester. Ja, und ich hoffe, dass ich dann in jeder Stadt, wenn ich mal rumreise, weil ich bin gerne unterwegs, dass ich dann in jeder Stadt was Gutes finde, was zu mir passt in diesem Bereich und ich da weitermachen kann.